Steht mein Käfer? Achtung, unten ist Konstantino Alles klar Steht vor der Tür LOL Okay, ich bleib da mit dem Käfer sitzen Der ist drin, der ist drin Ja, ist okay Ob du jetzt fast oder pieken willst, die gucken da hoch Gehen unten in die Haupttür rein? Hat grad das Ding weggemacht Nice! I love it